Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Du hast meine Gäste mit einer Knarre bedroht, Dieter Für dich bin ich immer noch Papa, ja? Aber du hast recht, mir ist eine Sicherung durchgebraten Komm mal vor, tut mir leid Also pass auf, ich finde, wir fangen nochmal von vorne an Du gibst doch mal eine Party, ohne Stripper Und ich zahl wieder, was hältst du davon? Ich bin müde, ich geh schlafen Ich wollte noch sagen Ich hab's bekommen, das Jagdrevier Toll, oder? Du musst nicht hinfahren Du fährst nie weg Na und ob? Wir fahren da hin Da gibt's sogar einen tollen Badesee mit einem Privatstrat Ja und? Willst du mit mir Sandbogen bauen, oder was? So wie früher Na, das wär doch was Gute Nacht Gute Nacht